Ja, hallo ihr Lieben, ihr wolltet es, ihr bekommt es, den Kurs für oder gegen, wie auch immer, Eifersucht. Bist ihr sowohl richtig, wenn du unter Eifersucht leidest, als auch, was ja auch sehr häufig ist, wenn du mit Eifersucht auf Dates oder deinem Partner konfrontiert bist und gar nicht weißt, wie du damit umgehen sollst. Wir besprechen diese Unterschiede, wir besprechen, was ich ganz wichtig finde, auch so ein bisschen Forschung, vor allem Evolutionsforschung, weil dann kriegt man so eine Idee, wofür ist Eifersucht vielleicht auch gut, wie kann man das einsetzen, was ist vielleicht auch so ein bisschen wie gesunde Eifersucht, warum ist es manchmal vielleicht schwierig, wenn jemand gar keine Eifersucht hat, wie kann man das so abgrenzen. Genau, das gehen wir alles an in diesem Kurs, wir haben bewährte Manier, Online-Kurs für Leute in deiner Bibliothek, es gibt Frühbucherpreis und dann geht es nochmal weiter und ich freue mich wie immer, wenn du dabei bist. Und dann geht es nochmal weiter und ich freue mich, wenn du dabei bist,